Uns zugeschaltet im Tagesgespräch ist Frank Tempel, Fraktionsvize der Linken. Herr Tempel, wenn Sie zwei, drei Kernpunkte einmal nennen könnten, dessen, was Ihr Wahlprogramm beinhalten wird, was ist Ihnen wichtig für das Wahljahr? Also uns ist natürlich wichtig, auf aktuelle Fragen auf der einen Seite Antworten zu geben. Da ist das Thema Altersarmut, was eklatant uns immer wieder angetragen wird. Wir bekommen ja auch sehr viel Post von potenziellen Wählern. Das Thema Sicherheit wird diskutiert. Auch dazu werden wir versuchen, unsere Art der Antwort zu geben. Und wir werden in dem Wahlprogramm auch aber auf unsere bewährten Stärken setzen wollen. Also die Friedenspolitik, die soziale Absicherung der Menschen werden wie in den vergangenen Jahren eine starke Rolle bei uns spielen. Da wollen wir auch ein Stück Verlässlichkeit bieten. Ihre eigenen Antworten in puncto innere Sicherheit. Was ist das? Wo grenzen Sie sich da ab von den anderen Parteien? Also auf das erste Mal wollen wir nicht auf Aktionismus setzen. Wir gucken uns auch die Umfragewerte sehr gut an, nicht nur zu den Parteien, sondern was die Menschen beschäftigt. Da haben wir den ARD Deutschland Trend vom 5. Januar. Der sagt, dass eben von drei, von vier befragten Personen sich drei schon sicher fühlen. Also wir haben keinen Grund, ständig neue Gesetze oder neue Befugnisse vorzuschlagen, sondern zu überprüfen, ob das, was wir haben, gut funktioniert. Und da werden wir konkrete Verbesserungsvorschläge haben. Einen kann ich mal als Beispiel nennen. Terrorbekämpfung ist in den letzten Monaten, in den letzten Jahren nicht immer besonders gut gelaufen. Wir wollen das stärker sortieren. Wir sagen, Terrorbekämpfung ist ein Element der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung, gehört ausschließlich in die Polizei. Diese Gemengelage immer zwischen Geheimdiensten und Polizei hat zu Informationsdefiziten geführt, zu gegenseitigen Blockaden. Wir wollen das straffen. Wir wollen das besser organisieren, ohne dass da irgendjemand neue Befugnisse braucht. Nun hat die Polizei ja durchaus solche Sachen wie Fußfessel und mehr Videoüberwachung als so qualifiziert, dass man denken könnte, es wird nicht helfen, Straftaten zu verhindern. Aber bei der Aufklärung kann es doch helfen. Wie stehen Sie dazu? Das ist wie in einer Gesundheit. Man darf nicht vorzeitig irgendwelche Allheimmittel vorschlagen. Die Fußfessel könnte ein... Nicht vorzeitig, es hat ja einen Anschlag gegeben, ne? Naja, aber wir könnten vielleicht mit der Fußfessel den einen oder anderen kleinen positiven Nebeneffekt erzielen. Aber es wird bei Weitem nicht das Mittel sein, um jetzt die Gefährder anders oder besser oder neuartig unter Kontrolle zu haben. Es ist ein Mittel, wo ich trotzdem einen hohen Personalaufwand brauche. Es ist ein Mittel, wo ich viele Informationen, die ich brauche, um eine Gefahrenlage zu klären, weiter nicht haben werde. Wenn die Fußfessel zerstört und abgemacht wird, ist der Gesuchte erstmal einfach weg. Wir wissen nicht, was er vorhat, wohin er ist, mit wem er unterwegs ist. Also das ist nur ein ganz kleines Mittel, wo wir auch sehr genau überlegen müssen, brauchen wir das dann oder müssen wir nicht doch mehr in das Personal, das wir haben, investieren. Aber jetzt sage ich mal dieses Beispiel, dieses Menschen, der jemand da getreten hat in der Berliner U-Bahn. Das waren ja Videobilder, wie man auf den Täter, den mutmaßlichen Täter hinterher gekommen ist. Bei der Aufklärung von Straftaten, da sind sich die Fachleute ja eigentlich einig, hilft die Videoüberwachung? Das ist richtig. Ich bin ehemaliger Kriminalpolizist. Ich habe Videoüberwachung selber oft genutzt. Und wie bei den U-Bahn-Trätern haben wir ja gesehen, dass wir an wichtigen Punkten auch diese Videokameras haben. Wir haben an neuralgischen Punkten Videokameras. Da kann man auch gern überlegen, ob es Punkte gibt, wie Bushaltestellen, Busbahnhöfe, wo man dieses Mittel noch ergänzen kann. Flächendeckend bringt es nur nichts, weil wir gerade auf großen Plätzen Kamerawinkel haben, den man ausweichen kann. Man kann sich den Kamerawinkel anpassen durch das Verhalten. Wir haben das vor allem ja in Köln bei einem massiven Straftatenaufkommen gesehen, dass sich viele Täter nicht haben identifizieren lassen, weil sie sich genau eingestellt haben. Wir hatten jetzt zu Weihnachten den Amri, der sogar die Kameras als Gruß genutzt hat am Bahnhof Zoo. Also auch das Mittel darf man nicht überbewerten. Es kann an bestimmten Punkten, wo Täter und Opfer gar nicht ausweichen können, einfach ein sehr notwendiges Hilfsmittel sein. Und wir haben ja auch gesehen, dass wir genau an solchen Punkten diese Kameras haben. Das ist gut und das ist richtig. Aber es ist kein Mittel, um jetzt flächendeckend überall alles in Beobachtung zu stellen. In Köln, das muss man dazu sagen, waren die Bilder zu schlecht. Deswegen konnte man die Täter auch nicht identifizieren. Ein Thema, die Flüchtlingspolitik. Sind Sie glücklich mit den Äußerungen von Sarah Wagenknecht, die ja sehr deutlich die Flüchtlingspolitik, die offenen Grenzen, die Merkel propagiert hat, kritisiert hat? Damit ist niemand glücklich, aber ich denke, das ist auch geklärt bei uns. Also es gibt sowohl im Fraktionsvorstand als auch im Parteivorstand als auch in einer breiten Parteibasis die große Einigkeit, dass wir die Flüchtlingspolitik auf der einen Seite diskutieren mit allen demokratischen Partnern und auf der anderen Seite die Sicherheitspolitik diskutieren. Beides gehört aber nicht an einen Tisch. Wir müssen uns nur die Frage der Gefährder angucken. Es gibt eben nicht nur Gefährder aus dem Bereich der Flüchtlinge. Wir haben viele andere Extremismusbereiche, auch selbst im Bereich des Islamismus haben wir eben nicht nur Flüchtlinge mit Migrationshintergrund. Wir haben auch deutschstämmige Flüchtlinge, deutschstämmige Gefährder. Und insofern ist es einfach zu kurz gesprungen, hier wie die Union über Abschiebemöglichkeiten, über den Zustrom von Flüchtlingen zu reden, weil das einfach nur einen ganz kleinen Teil darstellt und die Grundlage des Problems überhaupt nicht bearbeitet. Also diese Themen trennen wir ganz einfach und werden sie getrennt voneinander auch diskutieren. Ja, aber ich möchte doch nochmal auf den Fall Wagenknecht kommen. Das wirkt nach außen immer so nach großer Uneinigkeit. Gelingt es Ihnen nicht, Frau Wagenknecht, da ein bisschen mehr einzufangen und auf Linie der Partei zu bringen? Ja, auf Linie der Partei drängen klingt nicht gerade sehr demokratisch. Also sie hat natürlich auch eine Position, aber Uneinigkeit würde ich das nicht nennen. Wenn so breit auch ein Nein zu ihrer Aussage kommt, also fast durch alle Gremien, dann eint sie auf dieser Seite die Partei schon ganz ordentlich. Also ich kriege sehr viel Zustimmung in der Betrachtung, dass wir das eben nicht so sehen wollen und dass ihre Position in diesem Punkt, in diesem einen Punkt eine Einzelmeinung war. Herr Tempel, ganz herzlichen Dank nach Berlin. Bitteschön.